Du hast Ziele, die du erreichen willst, warum willst du die auf Glück setzen? Aber deine komplette Strategie da drauf zu setzen, ist einfach extrem risky. Hey Leute, willkommen zum Portfolio Roast. In diesem Format schauen wir uns eure Portfolios an, geben konstruktives Feedback und lernen gemeinsam dazu. Am Ende des Videos erfahrt ihr, wie auch ihr dabei sein könnt. Also lasst uns starten, let's go! Wir haben hier einen 24-jährigen Mann, der relativ sparsam, aber risikobereit ist. Ausbildung zu Bankkaufmann. Ausbildung, FIAE, kenne ich nicht. Aktuell letztes Semester duales Studium. Was ist das? Finanzakademie-E? Irgendwas, sowas? Was ist FIAE? Sagt mir das mal einer. Mit CFD sehr, sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Ah, boi. Krypto, einiges im Minus. Nebenbei noch selbstständig, seit Sommer stark in Aktien und ETFs. So, Depot gucken wir uns gleich an. Erstmal kurzer Text hier, aber was er uns geschrieben hat. Servus somit, ich nutze Parkett erst seit kurzem und finde es mega cool, was ihr aufgebaut habt. Macht weiter so. Vielen Dank, das freut mich sehr. Ich hoffe, du bleibst lange dabei und erreichst deine Ziele. Zu mir, ich bin 24 Jahre alt und ich bin in den letzten Zügen meines dualen Studiums, IT-Management. Bevor ich das Studium in einem großen deutschen Konzern angefangen habe, habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Leider habe ich in den Jahren gemeint, ich wäre der Allerschlauste und habe mir an CFDs gewaltig die Finger verbrannt. Hätte ich das Geld zu der Zeit in den MSCI World ETF gesteckt, dann hätte ich die Hälfte meines aktuellen Depotsziels schon deutlich erreicht. In meinem dualen Studium haben es mir dann auch noch Krypto angetan, was auch eher so mittelgelaufen ist. Zur selben Zeit habe ich ein paar Erfahrungen mit der Selbstständigkeit, mit einem kleinen Verkaufsstand für Feste und Events gesammelt. Existiert heute noch, aber aktuell etwas wenig Zeit. Durch meinen Nebenjob, mittlerweile im Nebenerwerb, in der Baumpflege und einer relativ sparsamen Lebensweise, konnte ich mir die ganzen finanziellen Fehltritte finanzieren. Im Sommer habe ich mir dann vorgenommen, mit der deutlichen Gehaltssteigerung durch den Abschluss der noch nebenbei laufenden Ausbildung im dualen Studium und FIAE, einen etwas risikoärmeren Weg einzuschlagen. Wurde mir jetzt gesagt, Fachinformatik, Anwendung, Entwicklung. Ah, echt? Nichts Finanzakademie. Okay, Fachinformatik. Dann schreibt doch EDV. Studium zum was mit EDV. Okay. In Deutschland sagt man das so. Ich mache was mit EDV. Ich mache was mit Computern. Oder anders ausgedrückt, jetzt kommt die Weihnachtszeit, wo du den Drucker deiner Eltern reparieren musst und den Windows-Rechner formatieren. Guten alten Zeiten. Also das sind immer noch. Muss ich auch noch immer so machen. Aktuelles Ziel. Sparrate, solange es die Begebenheiten noch zulassen. Möglichst hochhalten, Einkommen steigern, das Leben im Hier und Jetzt nicht vergessen. Ja, das ist ein guter Punkt. Daran werde ich immer von anderen erinnert, was ich gut finde. Ziele bis 2030. Ehemann und Vater. Wie lange hast du? Du bist 24. Ja, also okay, genau. Also bist du, okay. Ja. Ja, viel Erfolg. Kriegst du hin, denke ich. 100k Depotwert. Jahreseinkommen 100k plus. Holdingstruktur. Holdingstruktur macht natürlich nur Sinn, wenn du auch eine Firma darunter hast, mit der du was anfangen willst. Aber du hast ja gesagt, hier mit Selbstständigkeit und so bist du ein bisschen dabei. Okay. Okay. Das sind mal gute Ziele. Wir gucken ins Portfolio. Also, sag mir nochmal hier, was du arbeitest. Ist immer nice, wenn ich da ein bisschen mehr Info habe. Am liebsten noch mit Gehalt und allem drum und dran. Da kann ich nämlich auch ein bisschen ungefragte Ratschläge geben, Leute. Ungefragt. Aber wir gucken mal rein. Und den Disclaimer sage ich auch noch. Ihr wisst es, dass wir hier natürlich nur reines Entertainment machen. Ich bin kein Finanzexperte, kein Anlageberater. Das ist keine Anlageberatung oder sonst irgendwas. Sondern wir machen hier Entertainment. Wir gucken uns echte Portfolios an. Lernen von anderen. Aber jeder von euch handelt natürlich auf eigenes Risiko. Und so weiter. So. Road to 100k. 20k aktuell. Seit 23 hier. Also ganz junges Portfolio. 4% im Plus. Ich meine, die Performance würde ich jetzt nicht mit Benchmarks vergleichen, weil es einfach sehr, ja, sehr kurzer Zeitraum ist. Die Aussagekraft ist relativ gering. Aber wir gucken gleich mal in die Renditetabelle. Ich blende die euch mal kurz ein. 800 Euro Kursgewinne. Bisschen was realisiert wurden. Dividenden gab es ein paar. Zinsen gab es mehr. Okay, also nicht mega relevant. Und dann blende ich mal ein paar mehr Spalten ein. Und wir gucken mal auf die Top Holdings. Also was haben wir Xometry noch nie gehört. Was ist Xometry? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil du hast da 17% drin. Gucken mal. Xometry betreibt einen Marktplatz, der es Käufern ermöglicht, in den Vereinigten Staaten und international hergestellte Teile und Baugruppen zu beschaffen. Das Unternehmen bietet CNC. Aha. Okay. Also Heavy Industry. Interesting. Bin ich eigentlich Fan, wenn man mit solchen Sachen geht. Wobei ich natürlich wenig Plan habe von sowas. Okay. Palantir. Oatly. Medical Properties. Spider. MSCI World. iShares. Core. S&P 500. Plug Power. Siemens Energy. Rolls Royce. ThyssenKrupp. Disney. PayPal. ProSiebenSat.1. Bayer. Sunrise Energy. Metals. Atlantic Lithium. 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 Tupperware. Tupperware. Okay. Dann kommen hier einige unter 1%. Und dann haben wir hier 26 verkaufte Holdings mit Turbo Zertifikaten. Dies, das. Okay. Okay. Also gut, dass du diese Zertifikatsnummer losgeworden bist. Das glaube ich, kann man direkt mal sagen. Wenn du, wenn dich das Zocken nicht loslässt. Ich sehe da übrigens immer noch was in deinem Portfolio. Wenn dich das Zocken nicht loslässt, dann nimm doch einen Teil einfach davon. Mach es doch nicht mit deinem ganzen Vermögen. Mach es auf einem separaten Depot. Komplett getrennt. Sagen wir mal, was hast du jetzt im Portfolio? Du hast 20.000 Euro hier drin. Okay. Jetzt mach dir doch selber eine Challenge. Wenn du Bock hast zu zocken. Ich will dir das gar nicht komplett abreden. Aber du hast Ziele, die du erreichen willst. Und warum willst du die auf Glück setzen? Du kannst die erreichen. Du hast ja offensichtlich Motivation. Und du bist jung genug. Du kannst da wirklich Vollgas reingehen. Deswegen sag doch einfach, okay, mit 5.000 Euro gehst du zocken. Aber die nimmst du jetzt nicht aus dem Depot, sondern die musst du dir jetzt erarbeiten. Du gehst jetzt los und sorgst dafür, dass du 5.000 Euro extra verdienst. Durch Nebenjobs, durch Zeug verkaufen, das du nicht mehr brauchst. Whatever. 5.000 Euro. Zahlst du auf ein separates Konto ein. Und damit gehst du von mir aus zocken. Wenn du damit gut abgehst, fein. Aber du zahlst nicht mehr rein. Und du wirst nie aus deinem Hauptdepot da irgendwas rüberschieben oder deine Sparpläne reduzieren, damit du was rüberschieben kannst. Das ist dein Zockerzeug. Und wenn es komplett verloren ist, ist es halt weg. Damit kannst du spielen. Und dann machst du hier in deinem Hauptdepot, das soll eigentlich deine Ziele erreichen, eine solide Basis. Und die solide Basis ist dann, was zumindest meine Meinung ist, dass du da eine ETF-Basis haben solltest, die die größte Gewichtung hat. Weil was mir schon, also meiner Einschätzung nach, auch wenn sie jetzt im Plus sind hier, aber du hast halt einen sehr kurzen Zeitraum, du sehr auf Hypes anspringst. Du hast es mit CFD gesagt, du bist in Krypto voll drin und so weiter. Und Palantir gehört meiner Meinung nach da auch dazu. Oatly auch. Und Plug Power, will ich jetzt mal nicht so kommentieren, kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber da ist viel dabei von, ich sag mal, Marketingwerten. Das heißt nicht, dass die nicht solide sein können oder dass die abgehen oder sonst irgendwas. Aber deine komplette Strategie da drauf zu setzen, ist einfach extrem risky. Ist einfach extrem risky. Und 12% Palantir, 12% Oatly, das ist einfach, finde ich, heavy. Ich würde, selbst wenn du in solche Einzelaktien gehst, was ja völlig in Ordnung ist, trotzdem noch eine Basis einfach haben, die ein bisschen solider ist, mit der du so ein bisschen den Markt dazu, also spiegelst sozusagen mit einem ETF. Der ist der MSCI World hier oder der Core S&P 500, die sind ja schon fein. Aber meiner Meinung nach sollten die beiden zusammen hier 40% ausmachen. Da würde ich jetzt auch nicht umschiften. Also mit diesen ganzen Verkaufen und so weiter würde ich generell mal aufhören oder das runterfahren. Sondern einfach jetzt, ab jetzt, also eine Zielgewichtung definieren. So deine ETFs zum Beispiel 40% oder 60% oder so. Und mit 40% machst du Einzelaktien. Und dann erstmal die ETFs besparen, bis die ihre Gewichtung haben und dann wieder in den Rest rein. Also das ist so meine Meinung. Chat, Zuschauer, bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das so mit Quatsch erzählt oder ob ihr da ähnlicher Meinung seid. Ich gehe mal noch weiter runter. Die Kryptos hast du hier nicht eingetragen, so wie es aussieht. Die hätte mich auch noch interessiert. Aber wir gehen mal noch in die Analyse und gucken, Regionen, ja Nordamerika mit so einem großen Anteil, das ist glaube ich den ETFs und den Unternehmen natürlich geschuldet. Ja, vor allem mit dem großen Riesenanteil da an Xometry, Palantir. Deine Top-Positionen sind ja alle USA, das musst du zumindest wissen. Asien mit 0,78% ist natürlich extrem wenig. Kannst dir mal überlegen, ob du da vielleicht die Region ein bisschen mehr aufteilen willst. Also vor allem Asien. Und bei den Sektoren, da sieht es eigentlich ganz okay aus, meiner Meinung nach. Also da ist jetzt nicht so, dass da eins volle Kanne drin ist. Was ich aber schon gelernt habe jetzt von, wir haben ja das neue Format jetzt schon mit Jonathan. Er hat da auch öfter mal darauf hingewiesen. Und das finde ich auch interessant jetzt zu sehen, dass die meisten Portfolios einfach extrem unterrepräsentiert sind in Energie. Oder unterexposed sozusagen, dass da so gut wie nichts drin ist an Öl und Energie und so. Finde ich auch ganz interessant. Genau. Okay. Das ist das. Dividendenmäßig, glaube ich, es gibt hier keinen speziellen Fokus. Deswegen ignorieren wir mal Dividenden. Und bei Aktivitäten würde ich zumindest mal noch nach Verkäufen schauen und gucken. Ja, da bist du relativ viel unterwegs. Telefonica war auch mal drin. Das würde ich auf jeden Fall ein bisschen runterfahren mit Verkäufen. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden des Portfolios. Ich finde es immer super spannend. Ich glaube, die Community auch. Und wenn ihr auch gerne mal euer Portfolio und eure Situation einschicken wollt, dann macht das. Das könnt ihr in zwei Möglichkeiten tun. Zum einen in unser neues Format Über Geld spricht man nicht. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch im Chat vermutlich gleich von der Lisa. Oder ihr schickt es einfach hier. Dann schaue ich mir es im Friday Fireside an. Beides geht. So wie jetzt gerade im Friday Fireside ist es ganz entspannt. Machen wir immer nach dem Stream. Im neuen Format Über Geld spricht man nicht. Da gucke ich mir das mit Jonathan Neuscheler von Abilitato an. Der natürlich nochmal eine ganz andere, viel krassere Expertise hat, was Portfolios und Unternehmen betrifft. Und da gehen wir aber auch viel mehr ins Detail. Also da schauen wir auch Gehalt an, Situationen, Ziele und wo es hingeht soll. Also da geht es nochmal mehr ins Detail. Beide Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr das gerne möchtet. Das war es für heute. Wenn wir auch dein Portfolio mal unter die Lupe nehmen sollen, klick auf den Link in der Infobox. Vergiss nicht ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.